Aktivitäten am Uhrenturm, in der Kirche und beim Pool. Abseilen. Ich beharrte dich im Auge. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden! Schütte sie aus. Alles sicher. Vorsicht, sie sind in der Überzahl, aber du kannst dich zurückziehen, wenn es zu haarig wird. Ohren zum Voraus. Gut gemacht. Klingt, als hätte Al-Katal eine Geisel. Seh nach, ob er dir da ist. Vielleicht hat er Barkopf. Ich habe den Schiff, der Al-Adub. Ich habe den Schiff, aber ich habe ihn wieder. Was macht das? Keine Sturfall an dir. Aber sie haben eine Geisel. Finde heraus, was die Geisel weiß. Jede Information kann uns zu Barkow führen. Sie, ob die Geisel noch sprechen kann. Sichtkontakt verloren. Du bist vorerst auf dich gestellt. Geisel. 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 So, nuts. Ich hab Sichtkontakt zu dir. Gute Nacht. Ich verrate. Meine Familie ist am Ende. Sieh nach, ob die bei Pool und Kirche in besserer Verfassung sind. Achtung, in dem Fahrzeug sitzt eine Alcataller-Patrouille. Halte dich fern. Ich hab die Lampen für dich ausgeschossen. Du nährst dich der Kirche. Sie verhören Angefangenen in der Kirche. Pass auf, er ist nicht allein. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt. Halt den Kopf aus, damit sie dich nicht finden. So bist du schwerer zu sehen. Suche einen Sicherungskasten. Den Strom zu kappen wird uns einen Vorteil verschaffen. Warte, er ist in Sichtbar zu eines anderen Ziels. Guter Schuss. Wo ist das Labor? Aus! Mit diesem Sicherungskasten kannst du den Strom für dieses Gebäude abschalten. Wie ist du das? Du musst mir nur sagen, wo warte ich bin. Ich will deine Standorte. Wo ist er? Du wirst es mir sagen! Du hast ein Ziel vor dir. Toller Schuss. Die ist nicht zu sehen. Das ist eine weitere Geisel. Sieh nach, ob er noch reden kann. Mein Läufer! Geh! Geh! Meine... Familie! Scheiße, Käpt'n. Die Geiseln gehören zu Barkovs Familie. Barkovs Leute waren in Adirs Haus. Jetzt ist er in ihrem. Geh zum Pool. Wenn sie alle Geisel haben, will sie nicht mehr lange am Leben bleiben. Kaum Aktivität in der Nähe des Haupthauses. Du kannst es umgehen. So kannst du besser unentdeckt bleiben. So kannst du besser unentdeckt bleiben. Ich sehe einen Feind. Rechts. Den schnappe ich mir. Er ist erledigt. Du nährst dich im Pool. Feind zu deiner Linken. Ziele zu deiner Linken gesichtet. Das ist ein weiteres Ziel. Ich schaue. Ich schaue! Vorsicht! Neben Ihnen gibt ein weiteres Ziel. Ich schaue. Sie verschärfen die Sicherheit. Al-Katala-Patrouillen sind vom Haupthaus auf dem Weg zu dir. Klingt als wäre unser Mann da drin. Geh rein und hol ihn raus. Nördlich von dir ist ein Sicherungskasten. Nördlich von dir! Kein Anzeichen von Hadith. Raus, ob die Geiselbeantwortung verraten hat. Spass an. Feindliche Wagen nicht angreifen. Moment, Sie sind zu zweit. Kein Anzeichen. Töne Wagen nicht ... Corona-Katala-Katala-Katala-Katala-Katala-Katala-Katala ... Vierer ... Vorher ... ... und weil sie von, wie sie sich hierhert. Ich habe die Lampen für dich ausgeschossen. Ich habe keine Sicht. Du bist auf dich allein gestellt.